Wildlands ist ein kostenloses Open-Source-Aufbau-Strategiespiel. In Wildlands gibt es 5 Stämme. Alle Stämme haben unterschiedliche Vor- und Nachteile. Es geht darum, eine erfolgreiche Wirtschaft aufzubauen. Es gibt die Barbaren, die Amazonen, das Imperium, die Friesen und die Atlanta. Alle Spieler kämpfen um die Ressourcen des Landes. Produziere Nahrung, sammle Rohstoffe und verarbeite deine Waren weiter zu fertigen Gütern. Mit Militärgebäuden kannst du dein Land erweitern. Soldaten können mit bestimmten Gebäuden ausgebildet und weiter ausgebildet werden. Wer baut die erfolgreichste Wirtschaft auf? Besiege deine Feinde. Mit dem Karten-Editor von Wildlands ist es möglich, eigene Karten zu kreieren. Hier kann man seine Kreativität voll ausnutzen. In der neuesten Version gibt es einen neuen Diplomatie-Manager. Außerdem gibt es neue Soldaten-Indikatoren. Und es ist möglich, Lagerhäuser umzubenennen. Sowie Haftnotizen zu erstellen. In der neuesten Version gibt es eine neue Steine-Managerung.